Herzlich Willkommen zur dritten Gewinnspiel-Auslosung von der Tentakel-Me-Community. Zu verlosen gab es da ein Logitech G240-Mousepad zur Verfügung gestellt von Razer, einem unserer Tentakel-Me-Community-Mitglieder. Und ich habe hier schon was vorbereitet, und zwar die Liste aller Mitglieder, beziehungsweise aller Teilnehmer. Die werde ich jetzt erstmal nochmal neu mischen, damit jeder hier natürlich faire Chancen hat. Hier nochmal eingefügt, links seht man die Zahlen, die jetzt ausgewürfelt werden, beziehungsweise durch einen Zufallsgenerator ausgesucht wird. Ich habe hier den Zufallsgenerator.net, und zwar gibt man hier jetzt eine Zahl zwischen 1 und 48. Ich drücke jetzt auf Generieren und der Gewinner wird dann automatisch ausgelost. Es ist die 27, wir gehen in unsere Liste. Der Atakea Tor, auch ein Community-Mitglied von uns glaube ich sogar. Hat damit gewonnen. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht und ich wünsche dir Tor sehr viel Spaß mit dem Mousepad. Vielen Dank.